Alles startklar, gelbe Fahne ging nach oben und die Boxentür auf für das erste sportliche Highlight des heutigen Tages. Das Feld formiert sich, sie sind alle samt gut auf die Beine gekommen. Wer hat die Spitze an der Innenseite? Scipio, Aribo ist direkt in vorderster Linie mit dabei. Ariadne hat sich am Start um unzählige Längen versäumt, das kann ich Ihnen sagen, das ist normalerweise nicht mehr aufzuholen. So, jetzt gucken wir mal, wer ist denn tatsächlich jetzt vorne. Aribo mit an der Außenseite, Sagamor mit Scipio, an der Innenseite ist sofort Flitsch mit dabei. Dann sehen wir auch die Farben von Touchmoon im erweiterten Vorderfeld. Kaha hat keine Lage gefunden an der Seite dort von Lambo, so geht es bereits durch den Schlussbogen hindurch. Und Aribo zeigt den Weg, führt vor Flitsch, vor Scipio dann in dritter Position. Das Feld ist weit auseinandergezogen, das heißt eigentlich, es gibt richtig viel Tempo. So, Sagamor außen, an der Innenseite hat sich dann still und heimlich hier Sledgehammer verbessert. So geht es gleich schon in die Zielgerade hinein. Wir kommen gar nicht dazu, alle Kandidaten zu besprechen, denn Aribo ist zunächst einmal zweieinhalb, drei Längen vorne. Jetzt fächert das Feld natürlich auf über die gesamte Breite der Bahn. Wer ist denn vorne? Wer greift an? Kaha außen, der Prinz, jetzt kommt Flamingo, Hollow, Sagamor zwischen den Pferden ist auch mit dabei. Sagamor mit Kaha an der Außenseite, mit Aribo in der Bahnmitte und Lambo läuft ein Riesenrennen. Immer noch Aribo, Principe ganz an der Innenseite, kommt angeflogen dort mit Sledgehammer. Principe vom fast letzten Platz, haben wir überhaupt noch nicht gesehen und gewinnt überlegen das Auktionsrennen. Principe für Andreas Wöhler und Burjan Mosabaev gegen Sledgehammer mit einem Riesenlauf. Dann war es Lambo auf Platz drei und dann war es eng zwischen Domstürmer und zwischen Sagamor bis hin zu Flitsch. Und ja, Ariadne hat leider alle Chancen bereits am Start liegen lassen. Principe also gewinnt für Klaus Alofs und die Stiftung Gestüt-Fährhof, für Andreas Wöhler und für den Champion für Burjan Mosabaev das Ferdinand-Leisten-Memorial. Die Stiftung Gestüt-Fährhof 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 Die Stiftung Gestüt-Fährhof